Hallo, ich bin Tobias Mietzsch, der Inhaber vom Reisebüro Krasov in Bernburg in der Lindenstraße 33 und wir sind für alle Fragen da, wenn irgendwelche Probleme sind. Im Moment ist es so, dass Thomas Cook Deutschland alle Reisen bis 31. Oktober diesen Jahres abgesagt hat. Demzufolge können alle Reisenden ihre Reisen da nicht antreten und die Zahlungsaufforderung muss dann an die Zürich-Versicherung, die der Insolvenzversicherer ist, gestellt werden. Dieser wird dann die Zahlung nach Prüfung wieder zurückerstatten, dass die Kunden zu ihrem Urlaubsgeld, was schon bezahlt ist, wiederkommen. Also für die Kunden, deren Urlaub gebucht ist, der aber jetzt abgesagt ist, sind wir natürlich behilflich und versuchen dort neue Urlaube zu suchen. Im Moment ist der Stand der Dinge so, wie ich eben schon sagte, dass die Zahlung von der Zürich erstattet wird. Das wird allerdings eine Weile dauern, demzufolge müsste jetzt erst einmal ein neuer Reisepreis bezahlt werden, aber auch hier können wir in Absprache schauen, was wir da gemeinsam finden, damit jetzt nicht die Urlaubskasse zu stark strapaziert wird. Da greift im Moment die Insolvenzversicherung, die Zürich, die hat für alle Versicherer, für alle Kunden, die einen Insolvenzschein haben, eine Garantie für die Hotelkosten übernommen. Da kann man das gleich dann runterladen und damit sind die Hotelkosten für die Hotels und auch Flugkosten für die Kunden werden bezahlt. Ja, man soll bitte keine Kosten nochmal bezahlen. Wie gesagt, mit diesem Schreiben sind die Kosten alle, werden übernommen. Diese Regelung ist seit der Insolvenz, seit 25. September. Ganz ehrlich, für die Gäste, die davor waren, auch die können natürlich dieses Schreiben einreichen, wie da die Sachlage ist, das wird im Moment noch geprüft. Das Gute an dieser Situation ist, dass es einen Veranstalter getroffen hat, keine Fluggesellschaft, keine Hotels. Demzufolge gibt es diese Produkte ja noch. Das heißt, die Reisen werden jetzt abgesagt und die Produkte kommen langsam wieder auf den Markt. Die Namensfreigabe, so nennt man das, dass keine Doppelbuchung bei den Fluggesellschaften herrscht, ist im Moment bis morgen, wird jetzt sukzessive erweitert. Also demzufolge können alle Kunden, die jetzt bis 31. Oktober keinen Urlaub haben, neu buchen. Die Reisen werden wieder auf den Markt gestellt und wir müssen halt schauen, zu welchen Konditionen dann. Aber auf jeden Fall kann man wieder neu buchen bei anderen Anbietern. Ja, also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wird immer noch in der Türkei bestehen, wo auch das Wetter noch am idealsten ist. Natürlich kann man aber auch Spanien, die Kanarischen Inseln, die bei dem Wetter jetzt sehr empfehlenswert sind, auf alle Fälle eine gute Alternative.